Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Ganz genau, Gäste-Rank, Gäste 1-2 vs. 2. Erstmal ganz kurz den Gegner wegpushen, er geht aber auch ziemlich risky drauf, das gefällt mir richtig gut bis jetzt, auch nochmal hier auf dem Bump. Boah, super aggressives Spiel, aber wenn der Bump nicht klappt, dann bist du hinten open, aber du kassierst das Tor erstmal nicht. Entweder bumpst du oder halt nicht, aber so ist es halt schwierig, weil dann könntest du eventuell auch open sein und dir ein Gegentor fangen. Was mir besonders gut gefällt bei diesem Replay, auch hier wieder ein Bump, sie sind einfach super nah am Gegner dran, sie lassen den Gegnern keine Chance, irgendwas zu machen, Team Orange weiß gar nicht, kann ich einen Ball annehmen, was kann ich machen, sie sind so pushy unterwegs, auch hier wieder sofort da, Ball ist drin, nein, doch nicht, also auch wieder Bump wieder, also super ekelhaft spiegeln die, aber gut ekelhaft, deswegen sage ich, dass da ist ungefähr, Ball ist drin, ungefähr Grand Champion 1. War er also Grand Champion 1? Nein, er war Grand Champion 2, doch ein bisschen höher.